Also ich glaube, ich würde nichts an mir ändern. Ich bin so happy, ich fühle mich so wohl. Vielleicht würde ich dann mal irgendwie mal aufhören, weiße Socken zu tragen. Weil manche sagen, ja weiße Socken sind voll assi, trag mal lieber schwarz oder sowas. Und ich habe mich da irgendwie von früher schon daran gewöhnt, weil es gab immer diesen Fünferpack oder Zehnerpack Billigsocken und den habe ich seit eh und je diese Tennissocken haltende, die klassischen, immer getragen und da bin ich jetzt so festgefahren. Manchmal werde ich da schon drüber zu ausgelacht. Das würde ich vielleicht mal ändern.